guten morgen meine kleinen schnubi häschen ich wünsche euch einen schönen freitag jetzt muss das auch aufhören pass auf ich habe mir was gekauft gestern ist zwar gebraucht aber gebraucht heißt ja nicht dass es schlecht ist das ist aber richtig geil ich muss es aber noch im haus abstellen weil ich habe noch kein carport geil oder geil so ein geiles quad um hier über einen rasen zu rödeln was ist denn für ein komischer arbeitsplatz hier was ist denn jetzt deine sorge wie willst du nachher machen wenn du da mit dem bagger hin muss und das alles abschieben willst du mit schüppel sicher hier wieso nicht ich dachte du hast deine connection kannst mir noch mal ein küchentuch geben bin am glänzen kinesche esche ahorn eiche sappeli nussbaum warum du war doch richtig oder nicht bambus karamell bambus karamell mein jung was hat dir besser gefallen der kinesche oder der bambus karamell da musst du rüber springen dieses ganze baustellen gelöt hier vorbei ist das sag ich euch jetzt das hau das meißel ich euch in die frisur ich fliege dieses jahr noch nach hawaii auf hawaii urlaub machen wirklich wenn das hier vorbei ist dann brauche ich erstmal eine schnuff-nuff pause also eine pause aber so einen ozeanischen oder nicht so einen amazonischen bin ich ja der hawaii das schmeichelt mir ins gesicht ey natürlich pazifischen nicht atlantischen ozeanischen oder was pazifischen und dann mache ich flott urlaub auf honolulu wenn du einen urlaubsort frei hättest ich bezahl dir das angenommen wo sollte es dann hingehen hollolulu es ist doch egal wie man das ausspricht hauptsache warm ja was ich noch nicht erzählt habe und auch gar nicht erzählen konnte ist dass ich normalerweise dieses jahr nach bolivien geflogen wäre zu einem fußballcamp von world vision da mal mit zu helfen vision 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 world vision kommt aber ende des jahres oder nächstes jahr nach ghana wollte ich dieses jahr auch noch um zu schauen wie weit unser weisenhaus projekt ist was wir da unterstützen da haben wir auch ein video zugedreht bei youtube könnt ihr mal hochwischen da seid ihr da ist ein ganz geiles video udo war mit mir in ghana katastrophe wischt hoch schaue ich das an hier nochmal mit kölscher dialekt der tony polster war das was ist doch normal und der neuruhr udo das ist doch wo ist das der dialekt ja ich kann kein kölsch ja moin bevor ich mit wilke nach hololulu fliege wischt ihr feuer hof um das neue video zu gucken wie heißt das? hololulu honolulu honno honno honolulu was ist denn hier? moin moin b und s begrüßen und so werden also ich möchte nicht erkannt werden aber ich kenne einen nachbarn und hab einen nachbarn der züchtet bieber 13 stück an der zahl macht der nachbar so dass sich das so stört? ja dann macht b und s bieber züchteten und sybbel das beiden wär echt ein podcast noch geil ne? ich glaub ein podcast wär fällig ja welchen namen? welcher name? ja am einfachsten wär glaub ich p und s was denn? podcast und sybbel was wären denn für dich die ersten themen in unserem podcast? ich würd sagen bieber zucht angeknoten und syckeln so jo ach Ja, ja, ja.